Ein Geheimnis, undefinierbar, unberechenbar, zerstörerisch, gefürchtet von den meisten Wissenschaftlern. Aber für eine neue Generation heißt die Herausforderung Leben zu retten. Die Forschung ist lebensgefährlich und das Labor ist die Natur. Möglicherweise entwickelt sich ein Sturm, der eine Windgeschwindigkeit von bis zu 200 Meilen pro Stunde erreicht. Wir müssen mit den Schlüssen. Joe! Bill! Er kommt! Alle sofort in den Keller! Joe, beeil dich! Geht in den Keller! Bringt euch in die Scheidung! Los! Joe! Mach schnell! Los, los! Joe, glaub da rein! Mach schon! Alle nach unten! Los! Wir schaffen es nicht mehr! Los! Such dir was zum Festhalten! Los! 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 Untertitelung des ZDF, 2020